In der Schule, Kita und in der Freizeit gibt es für Kinder und Jugendliche in Bielefeld viele tolle Angebote. Doch manchmal fehlt in der Familie das Geld, um auch mitmachen zu können. Deswegen gibt es die Leistungen nach Bildung und Teilhabe. Oder anders gesagt, die Bildungskarte für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Wir unterstützen Ihr Kind bis zum 25. Lebensjahr in der Schule oder Kita mit der Kostenübernahme für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, bei Klassenfahrten und Ausflügen, der Lern- und Sprachförderung, für den Schulbedarf und Schulmaterialien sowie die Schülerbeförderungskosten. Außerdem unterstützen wir Ihr Kind bis zum 18. Lebensjahr mit einem monatlichen Budget von 15 Euro für Vereinsbeiträge, Unterrichtskosten und Teilnahmekosten. Und so geht's. Einfach die Bildungskarte vorlegen und die Kosten werden direkt mit Ihrem Guthaben verrechnet. Schnell, unbürokratisch, sicher. Familien mit Bezug von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Asylbewerberleistungen bekommen für jedes Kind eine Bildungskarte automatisch nach Hause geschickt. EmpfängerInnen von Wohngeld oder Kinderzuschlag können die Karte durch Vorlage des Leistungsbescheides per Mail oder bei uns in der Jugendberufsagentur Bielefeld beantragen. Mehr Informationen unter www.bielefeld.de-but Ihr Team Bildung und Teilhabe hilft Ihnen gerne weiter.